Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Portal Stories Mal. So, und jetzt erstmal Entschuldigung, dass ihr die letzten Folgen mit diesen Rändern spielen muss, äh, mit den Rändern, mit diesen Rändern spielen muss, äh, sehen muss. Entschuldigt, dass ihr die letzten beiden Folgen mit diesen dicken Rändern am Anfang reinschauen musstet. Ich hatte eine Einstellung vergessen, weil sich die Quelle erstellt hatte bei OBR, sondern es tut mir furchtbar leid. Okay, auf jeden Fall, wir gehen jetzt mal hier weiter und finden heraus, was ist hier hinter. Ähm, okay, was ich mal ganz kurz mache, äh, Video, ich mach die Härtigkeit mal ein bisschen höher. Ja, okay, das hilft nicht so offen weiter. Ah, hier ist der Schalter. Oder auch nicht. Also, warte mal. Ähm, okay. Also, jetzt kann ich ja wohl schon mal hier machen. Ach so, ich muss jetzt einfach wieder hier... Ach, ich muss jetzt Strom wieder herstellen, blöd. Okay, wo kann ich ein Portal platzieren? Nope. Äh, Portalfläche, bitte. Oh, danke. Was nehmen wir? Gelb oder Blau? Ich nehme mal Blau. Ja. Seht ihr das? Hab ein Bug gefunden. Und dann jetzt hier wieder, okay. Schauen wir uns an, was diesmal hier vorauskommt. Beim letzten Mal ist da nie was wirklich rausgekommen. Wow. Kann ich, natürlich kann ich da, ähm, ja. Okay. Also, so langsam komme ich was rein. Das ist ja gut, das ist ja gut, das ist ja okay. Vielleicht ist mal durch die Fresse aufgehalten. Das hänge ich hier schon wieder. Oder? Nee, hier ist ja auch noch ein Gang. Das darf ich ja ganz übersehen. Ist ja jut. Aber trotzdem würde ich gerne mal hier weiterkommen. Ah, da gehen wir weiter. Sehr schön. Okay, gut zu wissen. No, you are anti-meta-wisks. No, horseplay do not... Okay. Dieser Vogel kommt also, glaube ich, bekannt vor. Alter! Hab ich mich sterbe erschrocken. Alter, Finne. Ich sag mir nicht, ich muss hier... War das richtig? Jetzt sag mir nicht, es war richtig. Ich hatte mich schon gewundert, weil da gerade auf einmal so ein herzhaftes Dong von einer... Aber das war dann doch falsch. Ladebildschirm, 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 Schalala, Ladebildschirm, Tralala. Kommen wir zur ersten Teststrecke? Die allererste Testkammer. Oh, wir fangen jetzt auch schon sofort an mit Gehlen und so weiter. Alter Fennel, wir fangen ja echt gut an. Oh, und da ist auch schon wieder der Rote Emanzipationsgrill. Da ist jetzt das Bauporteil. Mach mal jemandes Orangen hin. Und. Lop. Alter Finne Okay Ähm, ja Scheiße Okay Ich merke, Schwierigkeitsgrad von Portal Stories Mail krass angehoben Aber richtig extrem Machen wir da erstmal wieder hin Ach da ist er auch noch Ich mag diesen neuen Soundtrack Dass wir wieder hier raufkommen Sonst muss ich aber herzlich viel nicht weiterholfen Nein, ich kann nur den aktivieren Kannst ja auch nicht durch Kannst ja auch nicht durch Kannst ja nicht einfach so den hier machen Den hier machen Und Okay, das ist deaktiviert Aber Frage ist, was nützt uns das jetzt? So riecht das gerade sehr herzlich wenig Okay Oder? Vielleicht doch Das würde ich jetzt mal gerade wissen Ja, ich glaube Ich glaube, ich habe es gepeilt Ah, ja Ja Überhaupt noch den Brubus Okay Wie kommen wir in den Brubus Ich glaube, ich glaube, ich habe es geblieben Extrem fest Und das in der ersten Testcover Nicht schlecht, Portal Stories Hörde Hörde Problem ist Das hilft uns nicht wirklich weiter Einmal Nein, das schaffe ich nicht Nein, das schaffe ich nicht Wenn, dann müsste ich hier Das klappt aber auch nicht Das klappt aber auch nicht Warte mal, ich sehe es gerade Jawoll Warte mal, ich sehe es Okay, dann müsste das ja jetzt klappen Oder war das jetzt hier? Ich sehe gerade echt, ich kann sich da bloß da oben Ja, das sieht nicht gut aus Bin ich da jetzt mal hingekommen? Scheiße, blöde Salzhäger geht es nicht Okay, ich darf jetzt noch mal neu machen Das war jetzt noch nicht klar Okay, aber Tresen ist ja nicht mehr Sonst rillt schon mal weg Würdest du dir ja noch einmal erweisen? Danke Hallo Von hier kommen wir dann natürlich auch wieder Wenn du jetzt kaputt gehst Dann reiße ich dir dreimal ein Okay, dann kann man mal Arsch aufreißen Dann Wow Und dann noch mal Ich kann jetzt auch mal überlegen, wie ich da hingekommen bin Ich kann jetzt auch mal überlegen, wie ich da hingekommen bin Und jetzt aber mal eins kommt schon Ah, ich glaube hier ist es schon das Nuss hier hin Jetzt aber mit Ich mag es Wo ist das denn doch noch? Ich häng jetzt hier gerade wieder voll fest Okay, das ist ein bisschen blöd gesetzt für dich So So Aber jetzt Jawohl Jawohl Okay 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 Oh, was soll ich noch das Ziel schließen machen, oder was soll ich noch das Ziel schließen, oder was soll ich noch das Ziel schließen? Okay. Oh. Danke. You're not dead. That means that high toxicity lead didn't get in the air and, uh, I mean, great job. Olympian or war hero, you really are a merit to science, or something like that. Just remember the Nuremberg Olympics. Ja, wir gehen dann jetzt mal durch den Emanzipationsgriff, aber leider erst in der nächsten Folge. Alter, ich muss ganz ehrlich sagen. Die Vierigkeit hat sich gerade angehoben. Ich freue mich schon auf die nächsten Parts. Ich muss einfach mal gleich eine Pause vom Flughafensammler machen, das Spiel ist einfach zu schlecht. Ich würde sagen, wir sind jetzt dann beim nächsten Part. Bis dahin, tschüss.